Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu den Sternzeichenlegungen für den Oktober. Und meine Lieben, es gibt einen Grund, warum ihr erst heute am 1. Oktober diese Videos bekommt, denn ab heute ist auf meinem Kanal dieser Mitgliederbereich, ich möchte ihn Soul Family Bereich freigeschalten, wo ihr gerne dazu stoßen dürft. Ihr werdet unten in der Infobox, das ist einfach auf den Titel des Videos klicken, da klappt so eine Infobox auf, werdet ihr ein Video finden. Es setzt sich ganz nach oben, wo ich erkläre, was es in diesem Mitgliederbereich alles gibt und was euch da erwarten darf. Und würde mich wirklich, wirklich sehr freuen, wenn das Anklang findet und wenn wir unsere Soul Family, unsere Community noch erweitern können. Lasst mir auch gerne Feedback da, wie ihr das so findet oder ob ihr vielleicht noch irgendwelche anderen Ideen habt. Und ja, genau, das ist die große Ankündigung. Mehr verrate ich eben in diesem Video unten im Link. Ihr seht hier schon mal ein paar Karten, ein paar, ein paar ist untertrieben. Ihr seht hier sehr viele Karten auf dem Tisch liegen. Die habe ich rausgesucht, um die Energie vom Oktober zu veranschaulichen. Kann ich schon sagen, es ist viel los im Oktober. Und diese Energien, die ich hier schildere, die sind für alle gültig. Egal, welche Sternanzeichen, das sind einfach die allgemeinen Energien. Die erkläre ich euch jetzt. Diese Karten sind auch alle rausgesucht, weil ich mich immer leichter tue, euch das anhand von Tarotkarten zu erklären. Aber für diejenigen, die sich mehrere Videos anschauen, unten in der Infobox findet ihr ebenfalls einen Hinweis, wann ihr dieses Intro überspringen könnt und wann es dann direkt losgeht mit der Legung für dein Sternzeichen. Also, wir beginnen, meine Lieben. Der Monat Oktober beginnt morgen, 2.10. mit Merkur wieder direkt. Wir alle, Gott sei Dank, endlich wird der Mistkerl wieder direkt, weil er hat uns wirklich das Leben ganz schön schwer gemacht. Aber er wird jetzt erstmal im Sternzeichen Jungfrau wieder direkt. Und Jungfrau ist immer noch so, es geht immer noch so ein bisschen, das zu verarbeiten, was während der Rückläufigkeit möglicherweise auch an Informationen kam. Und nochmal ein bisschen mehr zu verstehen, nicht mehr nach hinten gewandt, nicht mehr in die Vergangenheit gerichtet, sondern mit der Direktläufigkeit eben, okay, was mache ich jetzt damit, wie gehe ich jetzt damit um, was soll ich daraus lernen, was sind für mich die nächsten Schritte. Und da fängt eben Merkur bis zum 11. Oktober erstmal, ich sage jetzt mal gemütlich an, sich wieder nach vorne zu bewegen mit dem Eremiten. Und dann gibt es, also im Oktober, wir haben zwei so Peak Points, zwei so Höhepunkte an Energien, wo ganz viele große Energien zusammenlaufen. Der erste Höhepunkt ist rund um den 9.10. herum. Am 8.10. wird Pluto, der Planet der Veränderung, der Planet der Transformation, Pluto ist Skorpion Energie, wird Pluto wieder direkt. Im Sternzeichen Steinbock. Und ich lege euch diese Karten immer raus, weil ich hoffe, dass ihr dafür euch selber Botschaften rausziehen könnt. Aber auch Pluto tritt eben wieder den Vorwärtsgang an und sagt so, okay, wir haben jetzt erkannt, wir haben was verstanden, wir haben was erkannt. Es sind möglicherweise in unserem Leben neue Voraussetzungen entstanden für Veränderungen, für große Veränderungen, für Befreiungen, für endgültige Loslösungen, für endgültiges Loslassen, whatever. Aber ich habe das Gefühl, wir merken auf jeden Fall so ein bisschen diese Ausbremsenergie, die wir in den letzten Wochen hatten, dass sie so peu a peu geht. Pluto lässt nicht ausschließen, dass auch vielleicht eben an diesem Peakpoint irgendwie eine größere Veränderung passieren könnte. Denn direkt einen Tag danach, am 9. Oktober, haben wir den Vollmond, den Widder. Und Widder ist impulsive Energie. Widder ist so, ich krempel jetzt die Ärmel hoch, ich mache das jetzt mit Disziplin und mit Willensstärke und mit Kraft. Und also auf dieser Vollmondkarte in Widder steht, bald geht es hoch her. Also im Englischen steht hier drauf, auf Fiery Climax Approaches. Also man merkt so, wie die Spannung sich aufbaut. Man merkt vielleicht auch, wie die Energie zurückkommt, wie der Tatenbrang zurückkommt. Wie man einfach so ein bisschen in seine eigene Herrscherenergie zurückkommt und sagt, okay, ich merke irgendwie, der Knoten hat sich gelöst oder hier verändert sich irgendwas in meiner Energie. Und ich merke einfach, wie ich in Bewegung komme. Dann haben wir zwei Tage später, am 11.10. haben wir Merkur, der dann, Merkur unser Kommunikationsplanet, der dann von der Jungfrau zurück in die Waage geht. Und dann betont eben auch noch Merkur zusätzlich zu diesen ganzen Planeten, die schon in Waage stehen, nochmal diese Themen von Beziehungen und Partnerschaften. Also dieses Thema Beziehungen und Partnerschaften, egal in welchem Bereich, Familie, Freundschaften, beruflich, Liebespartner, Ex-Partner, zukünftige Partner, whatever. Es wird diesen Oktober eine Rolle spielen. Die Relationships, die wir zueinander haben. Und dann eben möglicherweise mit direktläufigem Merkur in der Waage, auch wieder in unseren Gesprächen. Hier können Dinge geklärt werden, hier können Kompromisse gefunden werden, hier kann ehrlich und offen miteinander gesprochen werden. Dann geht es wieder so ein paar Tage ein bisschen ruhiger zu. Wir haben dann nochmal eine richtig schöne Verbindung von Sonne und Venus in Waage. Ich glaube, am 20. oder so. Also wir haben dann nochmal einen richtig guten Aspekt, der für diese Beziehungsthemen steht. Aber es ist eher ruhig bis zum 23. Oktober. Am 23. Oktober wird Saturn unser Lehrmeister. Saturn, der Planet der Zeit, der Planet, der uns Aufgaben schickt, der Planet, der Karma-Planet. Sagen wir es mal so. Der Karma-Planet wird auch wieder direktläufig. Das sind die guten Nachrichten. Drei Planeten werden im Oktober direktläufig. Das heißt, hier ist definitiv eine Vorwärtsenergie zu spüren. Saturn wird direktläufig im Sternzeichen Wassermann. Kann also Heilung bringen, kann Wendepunkte bringen, kann Öffnung bringen, kann Hoffnung bringen, kann Perspektiven bringen, Visionen bringen. Whatever. Aber es geht alles wieder in so eine schöne, schöne Vorwärtsrichtung. Vor allem eben mit Pluto und Saturn. Am gleichen Tag, 23. Jahrzehnt, tritt Venus, der Planet der Liebe, vom Sternzeichen Waage ins Sternzeichen Skorpion ein. Skorpion, die Transformation, die Veränderung vielleicht kommen hier dann Ende Oktober. Endgültig diese großen Veränderungen, denn am gleichen Tag, auch 23. Oktober, tritt auch die Sonne ins Sternzeichen Skorpion ein. Also wir kommen von geballter Waage-Energie in geballte Skorpion-Energie. Das ist schon ungewöhnlich, dass so viele Planeten im Moment im gleichen Sternzeichen stehen. Und ja, große Veränderungen, meine Lieben, erwarten uns irgendwie Ende Oktober. Und am 25., also zwei Tage nach Saturn, Venus und Sonne, ist der Neumond im Skorpion, normal Skorpion-Energie. Geh durch deine Ängste. Und ich habe das Gefühl, wir werden irgendwie im Oktober darauf vorbereitet, uns mutig Witterenergie und unseren Ängsten zu stellen, irgendwie innerhalb von Beziehungen oder innerhalb von irgendwelchen Partnerschaften. Und wir haben eine Chance, diese Ängste eben auch zu transformieren und zu überwinden, also zu heilen. Hier liegt ganz stark eine Loslösungs-Energie in ein gewisses Gleichgewicht finden und sich für die Veränderung, die da kommen möchte, eben auch öffnen. Und ich glaube ehrlich gesagt schon, dass es eher größere Veränderungen sind, die uns da Ende Oktober erwarten. Und dann haben wir hier, ach nee, Quatsch, am 29.10., ich habe noch eine Sache vergessen mit dieser geballten Skorpion-Energie. Am 29.10., also auch wenige Tage später, tritt auch Merkur. Geballte Vagepower trifft Ende Oktober auf geballte Skorpion-Power, denn dann tritt auch Merkur auch in Sternzeichen Skorpion ein. Also das hat was zu bedeuten. Es hat was zu bedeuten, wenn so viele persönliche Planeten, Venus, Sonne, Merkur, das sind alles persönliche Planeten, ins Sternzeichen, in ein Sternzeichen einziehen. Das ist einfach eine starke Energie. Und dann haben wir am 30.10. haben wir noch Mars, der dann rückläufig wird, aber da er erst am 30.10. rückläufig wird, möchte ich jetzt da noch gar nicht so genau eingehen. Das werde ich dann eher so in den Readings tun, die ich Ende Oktober für euch mache, weil der rückläufige Mars wird auf das hier erstmal keinen Einfluss nehmen. Ich habe das Gefühl, wir dürfen große Dinge erwarten durch so viele Energien oder durch so viele Planetenkonstellationen, die sich verändern und eben auch durch diese Direktläufigkeit. Wir haben sechs Planeten in der Rückläufigkeit und im Oktober werden drei davon wieder direktläufig. Also das wird man schon merken, sagen wir es mal so. Man wird schon merken, dass da irgendetwas ist, was uns in die Energie bringt von, ey, bald geht es hoch her. Genau, meine Lieben, so lasse ich das hier stehen und fange jetzt an mit den Sternzeichen. Vielen Dank und bis gleich. Happy Birthday, meine lieben Wagen und herzlich willkommen zu eurer Oktober-Geburtstagslegung. Ja, meine Lieben, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag bzw. herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich für die Wagen, die bereits Geburtstag hatten. Jetzt schauen wir mal, was der Oktober für euch bereithält. Meine lieben Wagen, ich habe hier den Herrscher und den Tod draußen liegen lassen für die Vollmond-Witterenergie und für die Neumond-Skorpionenergie, weil ich wieder so eine Art Zeitstrahl abbilde und das sind ja so ein bisschen diese zwei Höhepunkte, die wir da im Oktober haben. Und dann schauen wir mal, meine lieben Wagen, was wir für eine Botschaft für euch haben. Jetzt muss ich gerade überlegen, ja, wir machen erst mal eine Monology-Oric-Karte und zwar eine zum Vollmond, eine zum Neumond. Gut, und dann schauen wir mal. Ich lege erst alle Karten aus und dann gehen wir da gemeinsam durch. Und du, meine liebe Waage, du spürst bitte in dich hinein, ob das hier heute die Botschaft für dich ist oder nicht. Wenn du das Gefühl hast, nee, ich kann mich gar nicht damit identifizieren. Ich befinde mich in einer ganz anderen Situation oder in einer ganz anderen Energie. Dann mach das Video bitte einfach aus, denn dann ist die Botschaft für jemand anderen bestimmt. Und jetzt schauen wir. So. Überwinde deinen Stolz. Die Botschaft zum Vollmond in Witter. Vollmond in Witter, ne, Witter ist ja euer gegenüberliegendes Sternzeichen. Ich habe das Gefühl, Vollmond-Vollmond-Energie, Feuer-Feuer-Energie könnte tatsächlich irgendwie ein Höhepunkt sein, möglicherweise aktiv zu werden, dein Stolz zu überwinden und irgendeine Aktion zu machen. Ach ja, ich wollte erst alles auslegen. Ach, meine liebe Waage. So, eine Botschaft hier zum Neumond ist Gorpion für meine Waage. Betrachte das Gesamtbild, der Vollmond im Schützen. Oh, und der Neumond im Löwen. Sehr starke Löwe-Energie hier. Selbstvertrauen der Schlüssel zum Erfolg. Und jetzt haben wir hier auch noch Schütze-Energie, sehr starke Feuer-Energie. Interessant. Interessant. So, dann schauen wir mal ganz kurz eine Haupt-Energie hier raus. Meine lieben, Young-Energie. Das ist auch Witter-Energie. Also, bin gespannt. So, eine Haupt-Energie für meine Waagen für den Oktober. Oh, war's. Da ist Wider-Skorpion-Energie, Erneuerung. Drei Karten. Die höhere Macht, die Weggabelung. Weggabelung ist 13. 13 ist im Tarot der Skorpion. Und flexibel. Okidoki. Ich bin sehr gespannt, was für eine Botschaft da bei euch rauskommt. Denn ich habe auf jeden Fall schon mal so einen kleinen Hauch einer Ahnung. So, einen Love-Romance-Angels hätte ich gerne noch. Eine Botschaft hier noch für meine Waagen für den Oktober. Very soon. Sehr bald. Clearly decide what you want so that it can come to you. Entscheide dich klar. Hier reden wir nochmal von Entscheidungen mit der Weggabelung. Entscheide dich klar, was du willst, damit es zu dir kommen kann. Und ich glaube, du musst in deiner... Ich nehme mit dieser Flexibel so ein bisschen... Es weicht so ein bisschen von deinem ursprünglichen Plan ab. Deswegen musst du möglicherweise auch dein Stolz überwinden. Selbstvertrauen der Schlüssel zum Erfolg. Interessant. Ich habe das Gefühl, du wirst von einer höheren Macht vor eine Entscheidung gestellt. Vor eine Entscheidung gestellt, sagte sie. Und die Liebenden zeigen sich. Und die Liebenden sprechen auch von Entscheidungen. So, wir machen jetzt erstmal so einen kleinen Zeitstrahl. Meine Lieben, nochmal Löwe-Energie. Also vielleicht musst du wirklich sehr mutige Entscheidungen machen. Sieben Schwerter. Interessant. Deine Energie jetzt, wo du diese Legung einschaltest. Die Energie meiner Wagen. Deine Energie jetzt, wo du diese Legung einschaltest. As der Stäbe. Interessant. Sehr viel Feuerenergie habe ich hier bei euch. Gut. So, dann der erste Höhepunkt rund um den Vollmond. Pluto wird direkt. Viel Feuerenergie, meine Lieben. Rat des Schicksals. Der Stern. Wow. Und die vier Kerlchen. Okidoki. Die vier Kerlchen, der Stern, das war des Schicksals zum ersten Peakpoint in diesem Monat. Ich muss es ein bisschen anders hinlegen. So, dann hätte ich gerne den zweiten Peakpoint hier. Nämlich rund um den Neumond. Saturn direkt, Venus, Sonne, Merkur in Skorpion. Eine Botschaft hier zum zweiten Peakpoint für meine Wagen. Der König der Münzen und die fünf Kerlchen. Wow. Der König der Stäbe und die Zehnstäbe. Viel, 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 viel Feuerenergie. Ich habe gerne noch eine Karte zum Ast der Stäbe. Wow. Das Gericht. Das Gericht spricht auch von Scheidewegen, Weggabelungen, von Bestimmung, von einem Wach, einem Weckruf, so möchte ich es sagen. Einem Weckruf. Eine Karte hätte ich gerne noch zum Warteschicksal. Eine Karte hätte ich gerne noch zum Warteschicksal. Der Page, der Schwerter. Und eine Karte jetzt noch hierzu, überwinde deinen Stolz. Vollmond in Widder. Yes, das habe ich mir gedacht, meine lieben Wagen. Der Witter, der Schwerter. Okidoki. Gut, meine lieben Wagen, das dürfte ein spannender Geburtstagsmonat werden. Große, ich sehe hier große Dinge, um ehrlich zu sein, mit dem Gericht, dem Stern und des Rad des Schicksals. Und zwar ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, du wirst vorher eine große, große Entscheidung gestellt. Es begegnet dir etwas Neues. Also, klar, euer Monat mit der Widderenergie, Beziehungsthemen betont, generell mit dieser geballten Waageenergie, Beziehungsthemen betont, müssen nicht Liebespartnerschaften sein, können Berufspartnerschaften sein, können alles mögliche sein. Aber ich habe das Gefühl, mit dem Ast der Stäbe, ich weiß nicht, ob es dich schon erreicht hat, das Ast der Stäbe. Das Ast der Stäbe kann eine Idee sein, die in dir reift. Kann irgendein Ereignis, keine Ahnung, eine Situation sein, die irgendetwas bei dir auslöst, was positiv ist. Es kann eine Idee sein, kann irgendein Impuls sein, kann natürlich auf jeden Fall eine Person sein, die in deinem Leben tritt, möglicherweise ein König der Stäbe. Irgendetwas passiert, was für dich so ein bisschen ein Wachruf ist, ein Weckruf. Was für dich irgendwie so... Ich möchte es so beschreiben, wenn einem das einmal bewusst ist, dann kann man es nicht mehr verdrängen. Dann kann man es... Dann brennt man für diese Idee oder dann will man das haben oder dann geht einem das einfach nicht mehr aus dem Kopf. Sowas nehme ich hier wahr. Ich habe das Gefühl, es kommt etwas zu dir, was irgendwie alles verändert. Was irgendwie... Als hätte man dir einen Gedanken ins Hirn gepflanzt, der einfach nicht mehr weggeht. Wie gesagt, egal in welchem Bereich. Ich glaube tatsächlich mit dem Rat des Schicksals und den Pagen der Schwerter, dass hier eher eine schicksalshafte Begegnung liegt. Es kann aber auch eine... Also es kann definitiv auch eine Idee sein. Du hast eine Idee, wie du dich verwirklichen willst, wie du dir einen bestimmten Traum, einen bestimmten Wunsch erfüllen willst, wie du dich spirituell weiterentwickeln willst. Das heißt, möglicherweise kommen irgendwelche neuen Informationen, irgendwelche neuen Personen, irgendwelche Unterstützer, irgendwelche neuen Chancen in dein Leben, die du vorher nicht gesehen hast. Hier vier Kerlchen, die dir vorher nicht so bewusst waren oder die einfach vorher nicht sichtbar waren in deinem Leben. Aber in dem Moment, wo sie sichtbar sind, kann man nicht mehr wegschauen. Und irgendetwas in dir mit dem Stern und dem Rat des Schicksals, gerade auch mit dem Herrscher, beziehungsweise nicht mit dem Herrscher, mit dem Vollmond in Witter. Ein Zyklus schließt sich möglicherweise in irgendeiner Beziehung, in irgendeiner Partnerschaft. Überwinde deinen Stolz, der Ritter, der Schwerter. Ich habe das Gefühl, es ist in irgendeiner Art und Weise mit Unruhe verbunden oder mit einem Kraftaufwand. Oder ich muss tatsächlich sagen, dass ich das, was ich hier hinten wahrnehme, dass ich das Gefühl habe, dass du möglicherweise eine Person zurücklassen musst. Hier liegt ja irgendwie diese Ablehnung, beziehungsweise möglicherweise gibt es auch einen König der Münzen, den du enttäuscht. Ich habe gerade mit diesem Überwinde deinen Stolz, Selbstvertrauen, der Schlüssel zum Erfolg. Du hast hier eine Idee, die aber nicht jedem gefällt. Ich meine, vielleicht ist es partnerschaftlich, vielleicht ist es partnerschaftlich, aber vielleicht ist es liebespartnerschaftlich, dass hier möglicherweise ein König der Stäbe, ich nehme eher den König der Stäbe, als das Neue war, ein König der Stäbe dein Leben betritt, der dir auch möglicherweise dabei hilft, einen König der Münzen loszulassen, wo viel Enttäuschung, viel Verletzung, keine Ahnung was stattgefunden hat. Was ich hier sehe, ist, dass du vor eine Entscheidung gestellt wirst, welchen Weg du gehen möchtest. Clearly decide what you want, sehr bald. Also möglicherweise musst du dich im Oktober noch irgendwie entscheiden und diese Entscheidung fällt dir nicht ganz leicht, weil du möglicherweise auch ein bisschen Gegenwehr erwartest, keine Ahnung. Also der Ritter der Schwerter ist alles andere als deine Komfortzone. Wagen haben gern Harmonie, Wagen haben gern ein Gleichgewicht. Ihr seid immer dabei, immer alles fair, immer alles gerecht, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, das ist das, was dich vielleicht hier möglicherweise auch abhält, weil das ist in irgendeiner Art und Weise nicht ganz gerecht oder nicht, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es nicht ganz gerecht ist, aber ich sehe hier, ich sehe hier in irgendeiner Art und Weise, fünf Kälte, hier Ritter der Schwerter, dass etwas in Disharmonie gerät. Aber dafür musst du eben im Selbstvertrauen bleiben und dich ein bisschen flexibler zeigen. So, keine Ahnung, ich hätte gern mal noch eine Karte zu dieser, zu dieser Flexiblen. Die vier Stäbe an der Unterseite des Decks, die Königin der Münzen. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass es das Thema Partnerschaften betrifft. Ich hätte gern mal noch eine Botschaft zum König der Stäbe. Vielleicht zeigt dir auch ein König der Stäbe auf, es kann auch eine berufliche Situation sein. Wie gesagt, du weißt, du weißt was, wo du nicht mehr ganz so zufrieden bist oder ganz so happy oder ganz so glücklich. Du wirst wissen, in welchem Bereich. Ich glaube, dass hier jemand kommt und dir das Brett vom Kopf abnimmt. Das Brett vom Kopf, dass die Situation, in der du bist, eigentlich nicht mehr richtig befriedigend ist. Das Universum zeigt dir was Neues. Und ich habe das Gefühl, du musst mit dieser Flexibilität, du musst dir darüber Gedanken machen, ob der Ort, an dem du bist, der ist, wo du bleiben willst, zu Hause, ankommen, vier Stäbe. Oder ob es für dich vielleicht, also ich habe das Gefühl, dass hier liegt, es ist an der Zeit für dich, dich weiterzuentwickeln in einem Bereich. Und das ist in erster Linie mal mit Ritter der Schwerter, mit einem Kraftaufwand verbunden, mit nicht der einfachsten Energie, so ein bisschen außerhalb deiner Komfortzone. Aber Selbstvertrauen, das brauchst du möglicherweise. Ich glaube, du musst dir etwas tun, was gut für dich ist, was sich richtig und gut für dich anfühlt, aber möglicherweise eben nicht gut für einen König der Münzen. Kann ein Partner sein, der traurig ist, dich zu verlieren. Kann ein Chef sein, der traurig ist, dich zu verlieren. Kann ein Partner sein, wo viele Enttäuschungen da waren und du aber irgendwie immer noch daran gehangen hast und nicht vollständig losgelassen hast. Ich glaube, der König der Stäbe kommt, um dich zu entscheiden. Dich zu entscheiden, gehe ich einen neuen Weg oder bleibe ich im alten Weg kleben. Eine Karte hätte ich gerne zum König der Stäbe. Mit welcher Energie kommt der König der Stäbe in dein Leben? Mit welcher Energie kommt der König der Stäbe in dein Leben? Naja. Wow, meine Liebe. Wow, wow, wow. Die zwei Stäbe sind rausgefallen, also mit einer Zukunftsperspektive und die zwei Stäbe sprechen auch von der Entscheidung. Der König der Stäbe wird dich in irgendeiner Art und Weise vor eine Entscheidung stellen, wie es für dich weitergeht. Und zwar, ich möchte es euch zeigen, der Magier, neue Voraussetzungen, ist das, wo ich bin, das, was ich mir wünsche, aber auch das Ast der Kelche und die Karte, die mich rausspringen wollte, war der Gehängte. Ich habe das Gefühl, dass der König der Stäbe und der König der Münzen, es müssen nicht zwangsweise zwei Personen sein, das können zwei Ideen sein, zwei Situationen, zwei unterschiedliche Energien. Aber ich habe das Gefühl, erst mit Auftauchen des Königs der Stäbe, erst mit Auftauchen dieser neuen Situation erkennst du die Situation, in der du steckst oder siehst etwas klarer, bekommst eine Antwort auf eine Frage, die du möglicherweise gestellt hast. Also ich nehme den König der Stäbe schon als Impulsgeber wahr oder als Ideenbringer oder als äußerer Einfluss, der dir deine eigene Situation von einer anderen Seite oder von einer anderen Perspektive aufzeigt und der dich dann eben auch zumindest dazu inspiriert, dir über deine Zukunft des Schicksals noch mal eingehend Gedanken zu machen und vielleicht deine Zukunftspläne ein bisschen flexibler zu gestalten. Sagen wir es mal so. Gut, meine lieben Wagen, ich glaube, dass hier tolle Dinge passieren. Ich glaube nur, dass die Umsetzung, die Verwirklichung dieser tollen Dinge irgendwie nicht die allereinfachsten sind. Aber ich lasse das jetzt hier mal so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier noch mal genauer eingehen möchte. Ich möchte definitiv so ein bisschen wissen, in welcher Situation du gerade bist. Ich will mehr zum König der Stäbe wissen. Ich will mehr zum König der Münzen wissen. Ich will auch wissen, warum der Ritter der Schwerter so ein bisschen das ist, was du überwinden musst. Möglicherweise auch für die falschen Ziele zu kämpfen. I don't know. Und dann schauen wir einfach, was da in diesem Extended Reading rauskommt. Außerdem, und das ist die große Neuerung, findet ihr, also ich möchte euch, euch liebe Wagen, ihr seid die Geburtstagskinder des Monats, ich möchte euch sagen, dass dieses Extended Reading auch in meinem ganz neuen Mitgliederbereich auf meinem Kanal verfügbar sind. Und die kleine Mitgliedschaft, also die Soul Family Member Mitgliedschaft, ist günstiger, als dieses Extended zu kaufen. Das heißt, wenn du möchtest, wenn du sowieso Interesse hast, dieses Zusatzvideo zu kaufen, dann ist es für dich auf jeden Fall eine Ersparnis, jetzt für einen Monat eben eine Mitgliedschaft zu machen. Dann kannst du dieses Video sehen und du kannst zusätzlich die anderen Vorteile nutzen, die es noch gibt. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut genug erklärt, denn ich will gar nicht so eine Verkaufsshow hier draus machen. Also, ihr könnt das Extended Reading kaufen, so wie ihr es immer kaufen konntet, oder ihr könnt einen Monat diese Mitgliederfunktion nutzen und schauen, ob es euch da gefällt und dann spart ihr auch noch 2 Euro. Genau. So, aber, meine lieben Wagen, für diejenigen, die sich das Extended Reading nicht anschauen, ich glaube, dass hier große Dinge passieren, wirklich. Das Gericht, das Universum hat seine Finger im Spiel, das ist ein Awakening, das ist ein Calling, das ist auch eine Wiederauferstehungsenergie, ist irgendwie ein Scheideweg, ganz stark Scheideweg-Energie. Und ich glaube auch mit dem Stern und dem Rat des Schicksals, dass zumindest deine Seele, also ich glaube, es ist mehr als deine Seele, ich glaube schon, dass du diese Chance erkennst. Ich glaube schon, dass du erkennst, dass es irgendwie viel mehr, entspricht viel mehr meinem Seelenplan, entspricht viel mehr dem, was ich mir wünsche. Es fühlt sich irgendwie gut an, es fühlt sich irgendwie nach Heilung an. Aber es ist in irgendeiner Art und Weise mit einer Entscheidung verbunden. Und ich glaube ehrlich gesagt, nicht mit der einfachsten Entscheidung. Definitiv, um diese neue Chance zu ergreifen, musst du etwas Altes loslassen, oder muss irgendetwas hier enden. Auch das ist am Ende des Tages natürlich eine Energie von dieser Weggabelung, von dieser Entscheidung. Wenn du den Weg einschlägst, dann hast du dich entschieden, den anderen Weg auf jeden Fall nicht weiterzugehen. Denn man kann nicht auf zwei Wegen gleichzeitig laufen. Und mit diesem sehr bald, very soon. Also diese Karte sagt mir, das passiert im Oktober. Und ich glaube auch, selbst wenn du in der Vierkelche Energie warst, dass du das die ganze Zeit nicht sehen wolltest oder gesehen hast, was das Universum dir eigentlich zeigen wollte. Ich habe das Gefühl, es zeigt sich nun sehr klar. Und dann, wenn es sich sehr klar zeigt, bist du eben auch aufgerufen, eine Entscheidung zu treffen und nicht weiterhin in irgendeiner Situation zu verharren. Für diese Entscheidung brauchst du möglicherweise Selbstvertrauen, aber das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe das Gefühl, es ist der Schlüssel hin zu deinen Wünschen oder zu deiner Weiterentwicklung. und was auch immer dafür auf der Strecke bleibt, was auch immer dafür losgelassen werden muss, was auch immer das hier ist, es möchte etwas besseren Platz machen. Und das ist, glaube ich, das, ja, ne, Astakirche, das ist, glaube ich, das, was du im Oktober sehen kannst. Ich glaube, dass du im Oktober sehen kannst, dass der Plan vom Universum weitaus größer ist, als du gedacht hast. Für dich. Für dein Leben. Für diese Situation. Für die Liebe. I don't know. Und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank, meine Lieben. Und vielleicht bis bald. Oder bis gleich. Tschüss. 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 Vielen Dank.